Das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Oh, sorry. Übernimmst du das mal eben, bitte? Du machst das nicht! Mein... Alter, aber es ist jetzt kein Vorteil, man sieht es. Die, ähm... Die Preps haben hier, glaub ich, vollgehäufen. Die Streber, die Bullis, und jetzt noch die Jungs. Okay, warte, du kriegst hier. Na egal, du bist cool, Zeichen wollte ich dir eigentlich geben. Na ja. Na ja, genau gilt immer deine schönen Haare. Warte mal, ich kann doch mehr ein Fahrrad hier mitnehmen. Jetzt hier, Sperrstunde. Hau ab! Junge, tschüss. Ist doch gemein, dass sie auch Sperrstunde machen können. Aber ich will die Sperrstunde nicht haben. Ich will nämlich die Quest erledigen. Wo muss ich? Sporthalle oder? Ne, Mädchen war es doch nicht. Trifft sie mit Mandy am Jungsaal? Okay. Ah, nein. Ja, ich weiß, ich habe Sperrstunde. Leck mich doch im Zykali. Ich kriege mich sowieso nicht, weil ich hier wieder bei so'n Ding springe und dann läuft ihr mir sowieso nicht hinterher. Weil ihr zu faul seid. Da ist Mandy. Hi. Oh, du bist das süßeste Junge! Was? Schau in meine Augen für einen Moment. Das war cool, aber nicht mehr, okay? Und jetzt mag ich auch Mandy. Sehr schön. Jetzt haben wir, glaube ich, jedes Weibchen, ne? Einfach. Das wird jetzt auf jeden Fall eine lange Session hier, ey. Ich brauche hier nichts anderes mehr vorgehabt. Dodgeball und Mandy. Mandy! Ich glaube, der Baseball lag doch schon länger. Wir haben gar keine Quest. Wir können aber erstmal ein anderes Outfit anziehen. Und hier erstmal auffüllen, ne? Rotz! Oh, ne Quest haben wir. Ne, die machen wir später. Ich mache jetzt erstmal hier wieder Unterricht. Vielleicht ist irgendwo so sonderes an Unterricht. Englisch. Und bei Erkunde haben wir ja auch, glaube ich, noch Kunst. Und damit es auch immer eine uninteressante Musik ist, glaube ich, auch noch einmal. Immer nett zu den ganzen Leuten sein. Banane, kann ich dir aufhören? Okay, Banane. Nein! Komm, jetzt mach. Neun Unterricht. Und, was haben wir? Ah, irgendwas drin. Okay, das ist doch schon mal schön. Und es ist? Oh nein, Erdkunde. Richtig? Erdkunde. Oh. Gibt's denn diesmal für Karten? Erdkunde-Döl? Was haben wir denn da? China? Wir hoffen, dass ich mich nicht auf irgendwas erinnern kann. So. Äh. China. Sicher. Japan. Hier. Ähm. Nepal. Keine Ahnung. Pakistan. Hier. Da müsste hier doch Indien gewesen sein. Jetzt wird's schwer. Äh. Pakistan. Ja. Hier oben. Afghanistan. Das sind, glaube ich, jetzt die einzigen dafür nur noch. Das sind, glaube ich, jetzt die einzigen dafür nur noch. Südkunde. Südkorea. Muss hier oben sein. Vietnam. 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 Mongolei. Hier oben vielleicht. Sri Lanka. Sri Lanka. Ist auch Sri Lanka, genau. Taiwan. 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 Nepal. Nepal Grenze. Thailand. 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 Thailand da. Philippine. Ist ne Insel. Keine Ahnung. So. Geht doch. Kann ja nicht so schwer gewesen sein. Ich rocke. Ich rocke. Und. Wohin, das ist fertig. da sind aber noch viele gartenzwege gibt es auch noch position der gartenzwege dann können die sagen mache ich vielleicht so schnell modus oder mach halt dann sucht mir dann alle gummibänder und sowas raus und zeige ich euch das dann im anschluss dass ich dann alles gesammelt habe aber ja ich mache weiß ich noch nicht also wenn ich ein spiel durch habe mache ich es dann nicht auf 100 prozent also ihr wollt dann kann ich das ja noch mal machen das ist ja das kleinere problem er sagt am liebsten am ende dann hier könnt abstimmen bla 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 ob ich machen soll oder nicht und dann wenn ich wollte gibt es nicht und wenn er wollte dann versuche ich halt noch mal die 100 prozent zu knacken ja Mandy ist nett zu uns was macht ist das äh Fetty oder ist das Algy was ist Algy achso der geht hier direkt rum und auch möglich so welchen plan haben die jungs denn jetzt irgendwas mit dem kostüm muss das ja auf sich haben das große spiel das ist jetzt nicht mal kurz um wird kurz laut so yes candy from ohio you would be a fair queen for me in that little thong with those massive piles of silikon usually you'd think who's that handsome stranger then i'd walk into the bar impress you with my my suavity um my suavability uh how suave i was i'd look up and say what's a nice girl like you doing in a place like this and you'd say take me to the hay bar hey ernest what's that you're reading nothing nothing just some some history homework cool can i see it's personal personal history sounds interesting yes well you wouldn't understand anyway listen the big game is today operation trojan cow is ready to proceed operation trojan cow it's my master plan my spies already been gathering the information will bring about the downfall of the jocks at this school so i guess i'll be needing this okay agenten aufm feld mhm kann nur einer von den strebern sein okay here's the mission was wie das ist ich dir in ernst alter die spinn doch rede mit dem strebergen das ist doch übertrieben laut du bist so dämlich so warte mal versuchen jetzt hä wo ist denn der streber ach hinten hi timmy careful patrols are everywhere we are in grave danger at this very moment you're in grave danger of a knuckles sandwich if you don't get on with it that's what here's a ball weaver get to the set by the field and swap it for the real game ball manipulierter ball manipulierter ball b b b Okay. Das ist der Zehn. Ich denke, dass das der Zehn sein kann. Ich denke, das ist der Zehn. Ich habe das Gefühl. So, manipulierter Ball. Da ist ein Gubi-Band. Gubi-Band voraus. Nein. Interzeption!